hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video von nick box deines t ich bin der radon und befinde mich hier im fifa 22 und stelle euch wieder eine spc vor und zwar mit dem format deal or no deal und dieses mal geht es in diesem format um die neue karte von julian traxler. julian traxler hat eine momente karte erhalten und die schauen wir uns jetzt einmal an und dem wir ihn uns einfach mal genau stipitzen und zwar der name ist julian traxler ist 1,87 m groß hat die arbeitsrate mittel mittel das ist so ja ja aber er ist zentrales offensives mittelfeld das ist ganz okay das heißt also er wird nicht super super weit vor rennen in den sturm er wird auch nicht super weit zurück rennen also er bewegt auf jeden fall im mittelraum beziehungsweise im vorderen drittel und dafür ist das auch ganz okay als zentrales offensives mittelfeld aber erstmal dazu später noch etwas mehr seine spezialbewegungen sind vier und sein schwacher fuß hat fünf sterne und das muss man hier deutlich sagen dieser schwache fuß mit fünf sternen ist super gut mit der arbeitsrate mittel mittel habe ich da hier auch noch ein paar gedanken die ich euch dazu später noch mitteilen werde so dann gehen wir noch mal auf die spieler detail ja ein verein des pts spiel in der league 1 in der französischen liga da wo auch nema messi ne ronaldo nicht mape spielen genau also ist schon eine starke liga und da gibt es auch schon einige karten wo man sagen könnte diese liga die kann man gut bauen und ja die kann die muss ich auf jeden fall nicht wo dieser premier league verstecken also league eins da sind schon ein paar gute karten dabei wie bamba fufana und ja halt wie halt die üblichen verdächtigen wie mape nema messi so kommen wir aber mal zu seinen werten der andere 87 bringt geschwindig 84 auf den ersten blick sehen wir hier auch hier ist vieles vieles grün und das ist halt die wahnsinn stärke von julian traxler er hat wirklich unfassbare werde diesen wirklich überratend eigentlich aber wir machen wir weiter also der antrittsschwing der fändigkeit ist so recht gut für z3 offensives mittelfeld ist es war nicht nur die rakete aber man kann wie gesagt bei mit schermittswichter hier auf jeden fall noch ein wenig nachhelfen danach kommen wir zum schuss der ist ganz ordentlich bei einem weitschüsse schusskraft wallys die sind hier schon fast mit 90 taktiert außer weitschuss aber das ist trotzdem in ordnung sein stellungsspiel ist auch sehr gut mit 87 auch hier kann man da noch etwas verbessern seine übersicht ist auch gut kurzer pass langer pass sind sehr gut seine beweglichkeit beziehungsweise seine tripling eigenschaften sind auch alle sehr gut ballkontrolle tripling ruhe 90 89 88 sehr sehr gut seine verteidigung da müssen wir jetzt nicht unbedingt so darauf achten er wird halt nicht viel nach hinten arbeiten trotzdem kann er da vorne mit schmerz bewegen mit abfang kopp bei präsentation ist so ok passt so für ein zentral offensives mittelfeld aber dennoch sehr sehr stark sein physisch ist jetzt nicht ganz so stark seine eigene stärke beträgt nur 70 das ist so ein klitzekleiner kontrapunkt ein bisschen mehr wäre auf jeden fall besser gewesen aber die karte ist schon so an sich sehr sehr stark sprungkraft 81 ausdauer 82 das geht auch vollkommen in ordnung weiter geht es jetzt hier wenn ich bezahleigenschaften er hat einen angeschnittenen schuss flair spielmacher außenriss schuss was sehr wichtig ist und ein triple technik so jetzt kommen wir mal noch zu seinen ja zu seinen teams die man abgeben muss das ist jetzt hier ein team of the wheel player muss man hier abgeben mit einer gesamtwertung von 83 und team chemie von 75 das ist durchaus machbar kann man eigentlich auch aus dem verein heraus abschließen ohne dass man da jetzt großartig was kaufen muss das nächste wird schon etwas kniffliger das ist ein 85er allerdings mit einer team chemie von 65 hier ist also viel spielraum und denke mal damit geht die 85 auch relativ gut in ordnung sollte man vielleicht auch noch hinbekommen wenn man mit seinen karten etwas gespart hat danach kommt deutschland und hier wird auf jeden fall etwas knifflig es muss mindestens ein deutschland spieler dabei sein die teambewertung muss hier 87 betragen mit einer teamchemie von 55 ist auch okay allerdings diese teambewertung von 87 wird euch ordentlich was kosten sage und schreibe eine viertel millionen münzen 250.000 münzen müsst ihr für julian traxler ausgeben klingt im endeffekt sehr vielen ist es auch aber man bekommt für diese 250.000 münzen auf jeden fall eine unfassbar gute gute karte traxler hat zwar jetzt mit league eins jetzt so eine liga wo man sagen könnte ja da will ich jetzt aber unbedingt nicht hin beziehungsweise ich habe jetzt nicht den gedanken daran ein league 1 team deswegen aufzubauen und da kommt halt seine deutsche nationalität mit gut mit rein denn traxler hat es hervorragend in einem bundesliga team es gibt viele ausstellungen wie zum beispiel 4 2 3 1 oder 4 3 2 1 oder äh 4 2 2 2 da passt er auch noch gut rein genau der letzte super gut linken vereinen weil auch deutschland gute karten hat wie zum beispiel allen voran joshua kimmich leon goreczka lee reussane schnabry und im sturm dann noch werner werner ist zwar auch nicht in der bundesliga aber durch seine nationalität lässt er sich natürlich auch gut in ein bundesliga team einfügen was heißt bundesliga team aber ich meine hier ein deutsches team man kann hier definitiv ein bisschen rumspielen die linken und rechte verteidiger die müssen nicht unbedingt nationalität deutschland haben hier kann man auch auf mabu zurückgreifen wichtig ist halt nur dass die zentralen mittelfeldspieler entweder auch deutschland haben oder links und rechts die flügelspieler wie gesagt auch deutsch haben da sind zum beispiel lee reussane und goreczka ziemlich gute karten also man kann hier um traxler ringsherum schon relativ gut was aufbauen im sturm kann man neben werner auch noch mario gomez nehmen miroslav klose oder eine andere ikone damit man hier gut linken kann traxler erhält von mir auf jeden fall einen deal das ist eine karte die ihr machen sollte falls ihr mit dem gedanken spielt ich bin mit meinem team doch noch nicht so ganz zufrieden julian traxler hat auf jeden fall richtig gutes potenzial auf dem platz einiges zu reisen und wenn man da noch goreczka und kimmich hinstellt dann ist man hinten und vorne auf jeden fall gut besetzt und deswegen finde ich lohnt sich julian traxler man kann auch definitiv ein sehr starkes team bauen für diese momente karte wo man zwar aktuell sehr viel geld hinlegen wir wissen alle fifa ist jetzt nicht unbedingt so langlebig wo wir sagen können boah ich habe jetzt nicht super krasse karte ja auch die wird irgendwann fallen es werden irgendwann bessere karte geben aber ich denke julian traxler wird sich mit seinen werten auf jeden fall für einen längeren zeitraum ja vorne festsetzen können also der ist wirklich super super gut und dadurch dass er noch mittel mittel hat und einen schwachen fuß von fünf wird ich den oder kann man ihn sogar in sturm einbauen also als stürmer ist er auch perfekt er hat spezielle bewegung 4 ok da fehlt ihnen noch einer aber das ist halt zu wild man kann definitiv trotzdem vorne noch ein paar skills machen und sein schwacher fuß ist halt grandios also er kann aus jeder richtung schießen egal ob ich jetzt von rechts komme von links komme ja man kann halt mit ihm den abschuss suchen und ja vielleicht wird dann der tor erfolg auch ja dadurch kommen also wie gesagt julian traxler definitiv eine sehr gute karte alle die das geld oder beziehungsweise die spieler im verein haben die sollten hier versuchen diesen zu machen ihr habt jetzt glaube ich noch sechs tage zeit ich habe das video extra früher für euch gemacht damit ihr ja schauen können was ihr mit ihm macht ich würde mich wie immer über kommentare von euch bei uns hier bei epoch seien es hier in den kommentaren freuen lasst einen kommentar und dann mit verabschiede ich mich auch von euch und wir sehen uns dann wieder zu einem neuen video wenn es wieder heißt deal und no deal wir sehen uns dann wieder